Wir von Festival TV sind heute im 13. Arrondissement von Paris. Hier treffen wir den Regisseur Serge Poussin, ganz privat bei ihm zu Hause. In einer minimalistisch eingerichteten Wohnung treffen wir zwischen unzähligen Büchern auf einen Menschen, der ganz für das Kino lebt. So wie sein neuer Film Madame Haidt. Dieser handelt von einer Lehrerin mit recht speziellen Problemen. Madame Géquis ist ein Genie, wenn es um Physik geht, doch pädagogisch hat sie leider kein Talent. Weder ihre Schüler noch ihre Kollegen respektieren sie. Als sie eines Nachts vom Blitz getroffen wird, verändert sich ihre Ausstrahlung und sie wird zur furchteinflößenden Madame Haidt. Natürlich stammt der Grundgedanke aus Stevensons Novelle Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Jekyll und Hyde, verkörpert von der Schauspielerin Isabel Huppert. Diese schafft es, der Roller eine glühend kalte Note zu verleihen. Auch wenn ich nicht den tollen Moment des Rommens behalten wollte, wo der Schauspieler ein Monster wird. Es sind insbesondere die Spezielle, die die Transformation tragen. Die Transformation, die mich interessiert, ist ein Film, der, ich hoffe, zu bemerken, an Dinge von der Basis, wie die wichtigste Bildung, die Schwierigkeit der Lehrerin in der Banlieue. Genau wie Madame Jekyll im Film, erging es auch Serge Boussin in jungen Jahren. Er arbeitete zwei Jahre lang als Lehrer in einem Lycée. Doch das Filmemachen ist nicht alles für Boussin. In seinem kreativen Chaos entdecken wir eine ansehnliche Plattensammlung. Leidenschaft für die Musik, viel Herzblut beim Film. Ein Künstler mit vielen Facetten. Das war ein kurzer Ausflug in die Welt des Serge Boussin. Sein Charakter ist speziell, aber dennoch interessant. So wie seine Filme. Oh, lecker!